Werden wir es heute schaffen, den bösen Mario komplett zu zerstören. Wenn ihr es nicht aufpassen wollt, guckt das Video dafür bis zum Ende. Yooo, was geht? Guck mal, wo sind wir hier? Wow, Mario einfach am Start. In Teardown zusammen in der Mario-Welt? Wie krass ist das denn? Guckt mal, wie cool es hier aussieht. Alter, hier ist einer der böse Mario. Komm, spring da mal runter. Mit so einem Lucky Block kann man mit dem man auch hauen kann. Und dich nehme ich jetzt Und schmeiß dich runter Zack So, das war's Wo bist du? Okay, ich bin hier, direkt neben dir Pass auf, also Pass dich lieber Wir müssen uns heute zusammenschließen Denn wir müssen heute den bösen Ball zerstören Oh mein Gott, okay, ich bin gespannt Lass mal mit dem Mini-Lightning McQueen hier fahren Komm, steig mal ein hier Steig ein, steig ein, steig ein Okay, warte, ich kann mal hier einsteigen Ja, ja, das geht, das geht Okay, bereit Mario Oh mein Gott, dein Kopf Au Oh mein Gott, das hat ja nicht so ganz so gut funktioniert Das hat echt nicht so gut funktioniert Okay, wir müssen wieder nach oben ein neues Auto besorgen Ey, hör auf mit dem Lightning Was machst du denn, sag mal Na gut, komm, wir müssen uns wieder ein neues Auto besorgen Ja, lass das neue Auto besorgen Okay, ich kann mal Die Frage ist jetzt, welches Fahrzeug Ey, wir müssen so viel ausfahren, was sind die alles Ich weiß Hier sind so krasse Fahrzeuge, also du darfst dir eins aussuchen Und dann fahren wir mit dem Und dann versuche Mario zu zerstören Ich würde sagen, du hast ja ein Polizist jetzt gerade Ja, anschein, keine Ahnung Dann nimm dich mal den Polizeiwagen Okay, du darfst von mir ausfahren Du darfst von mir ausfahren Ich darf fahren? Ja, steig mich ein Oh Gott, ich bin jetzt drin Okay Und los Mit Sirene sogar Oh mein Gott Mit Sirene Das sieht interessant aus Okay, komm, nimm du das Ich nimm das hier Jetzt haben wir beide das Gleiche Und jetzt jeder auf eine Rampe, okay Jeder auf eine Rampe Ach, wir haben zwei Oh mein Gott Wir haben zwei Rampen Okay, bist du bereit? Okay, warte Ich bin absolut bereit Und los Let's go Oh mein Gott Oh, ich komm schon wieder nicht so weit Bro, ich bin einmal komplett durch den durchgeflogen gerade Alter Ich fang von unten an Komm Zeig mal Alter In den Fuß bist du gerade rein Warte, ich muss nochmal von der anderen Seite Oh mein Gott Nicht schlecht Ach, mein Auto ist kaputt Oh, nacka Okay, komm Revidieren hier Neues Auto So Okay Zeig mal er da Alter Tja, was gibt's dir noch für Dinger Boah, sogar Panzer und sowas alles Wir können ja, glaube ich, sogar Bei ein paar Fahrzeuge Hey Warte mal, warte mal Ich mal dir jetzt mal hier meine gelbe Linie hin So Und die dürfen wir nicht überstreiten Okay Jetzt machen wir gleich mal ein Rennen beide gegeneinander Okay, okay, kriegen wir hin Und da mache ich auch nochmal ganz etwas hin Mal gucken, ob du es lesen kannst Ja, was steht da So Ah, was könnte das bedeuten Welches Fahrzeug nehmen wir denn gleich mal Was schreibst du da hin? Abo Abonniert, Leute Abonniert mal die Kanäle Okay Pass auf Ich nehme jetzt mal hier Ja Das hier, das grüne Das sieht eigentlich ganz gut aus Okay, ich nehme den pinken Lamborghini Was hast du genommen jetzt? Oh, was? Oh mein Gott Guck mal, mein pinker Lambo Ey Kollege Willst du mich testen oder was? Oh, rein Hey Bleib mal schnell hier, Kollege Geh nicht so schnell von mir wegfahren Nie Boost Du musst viel mehr boosten Oh mein Gott Ich war nicht so angesprochen Du musst auch mit boost durch Mario durchliegen Und das war's mit dem Lambo Der ist schwarz Oh Gott Oh, na ganz toll So eine Dreckskarre Zeig mal, wo bist du? Ich muss mich hier ganz kurz Ich muss mich hier einfach ganz kurz freischaufeln Okay, okay, wir sind mitten im Fuß drin Ich mach Schaden hier, Mario Ich mach Schaden Oh Gott So Ich hab mich kurz rausgegraben Okay, sehr gut Komm, wir gehen wieder zurück Wir brauchen wieder einen neuen Anlauf Okay Ich krieg ein bisschen Lust auf Auf was für ein Auto Auf so ein Auto Warte mal, der ist Angry Birds Ding sieht mich schon Das willst du nehmen Okay, komm, ich gucke mir das von außen an Nimm dir das bitte mal Jetzt musst du einfach ganz so ein bisschen sauber machen Sag mal, hör mal auf damit Das ist sauber Das ist sauber Aufhören Aufhören Oh mein Gott Oh mein Gott, der riesige Wie das rauszieht, Digga Oh mein Gott, du bist auf mich zugefahren Warte mal Das Ding ist voll schnell Blockade Warte, ich mach mal hier Blockade Angry Birds hier nicht rüber Über diese Holzratze Au Was machst du? Oh mein Gott Alter Du bist ja volle Kadone Gegen den Würfel geflogen Alter Ich bin Nein, der Würfel war bei mir nicht Der war bei dir da Oh nein Alter, weil wir müssen genau gegen den Würfel Okay, ich lass da jetzt meinen Hammer mal um Das Ding ist komplett kaputt gegangen Komm mal wieder hoch Wir brauchen noch was krasseres Ich hab noch was krasseres In fetto So, jetzt muss ich kurz ein bisschen Pass auf, pass auf Dafür müssen wir ein bisschen was bauen Wir müssen das ein bisschen Hier, ja So, da bin ich endlich Was geht? Sehr gut, sehr gut Ey, guck mal Ich hab Lust, dass wir beide Monster Truck Gang mäßig Oh mein Gott Ich bin rechts Los Und let's go Oh mein Gott Oh Hä? Ja, sein Bein Sein Bein Ja, sehr gut Ich mach hier auch nochmal auf den Fuß Ja, sehr schön Alter Aber mein Monster Truck ist gar nicht kaputt gegangen Ist deiner kaputt gegangen? Schreib mal ein hier Warte, ich glaub meine kann noch Guck mal Ey, dein Ding hat nicht mal eine Front vorne mehr Es hat nicht mal mehr einen Motor Meine, meine, meine Der qualmt auch voll Wissen was Hör auf Ey, bro Jetzt sind wir beide einander stark Ey, Mann, was soll das? Ich kann nicht mehr fahren Na gut, na gut Oh, ist gar nicht gut Sagst du kannst du ja fahren Okay, warte mal, geh mal kurz Guck mal am Motor vorne Vielleicht kannst du ja nochmal was reparieren oder so Okay, jetzt kannst du da gar nichts mehr reparieren Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Yo Die sind auf jeden Fall jetzt gar kaputt gegangen Ja, die sind komplett schraubt Okay, komm, ab nach oben Aber Mario lebt noch Ja, wir müssen noch mehr machen Wo bist du Casper? Ja, hier vorne, hier vorne Ich hab schon das nächste Fahrzeug ausgewählt Ich fahr mal ein bisschen nach vorne Siehst du das? Okay, warte Und du musst hinten in den Wohnwagen rein Musst hier, glaub ich, einen kleinen Weg reinmachen Okay, Sekunde Ich mach mal Ja, nicht damit Ja, okay, mach mal Ja, aufbauen So, ich mach mal kurz Ja, genau Genau, sehr gut Und ich mach das Geh mal rein da Geh mal rein Geht das, passt das schon? Ja, du Von oben Ich glaub, du musst von oben Ich glaub, du musst von oben Ich muss, nein, ich muss hier Ich muss hier Ah, okay So Ja, super Okay, pass auf Jetzt mach ich das wieder zu Okay, ich bin drin Aha Ich mach's wieder zu Warte, warte Wie, du machst das wieder zu? Ja, du musst da wieder zu machen Du musst da gesichert sein da drin Ja, okay, warte Ich helfe dir Ich helfe dir Holzbretter, so Zack, zack Genau, bitte Bitte zumachen Hier auch nochmal Okay, oh mein Gott Okay, bist du bereit? Ich bloß gut test da drin, ne? Okay, ich bin bereit Oh Gott Es geht los Oh mein Gott Okay Und Mario Wow 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 Oh mein Gott Wo bist du? Ich bin von der Map gefallen Ach, du bist doch richtig runtergeflogen Alter Ich bin richtig durchgeflogen Okay, okay Schaden gemacht, ne? Mhm, aber richtig gut schaden Sehr schön Ey, okay, pass auf Ich hab jetzt eine Idee Und zwar Was denn? Was exklusiv ist, oder was? Ja, wir haben ja so ein Tourist hinten Ah Oh Nein So ein Geschütz hinten drauf? Was? Zeig mal, was hast du da? Oh mein Gott Was hast du? Ich glaub, das Zeig mal Ich hab damit, glaub ich, gerade den Schulbus kaputt gemacht, oder? Oh mein Gott, du meinst du mit dem Schütz hier? Okay, warte mal Da hab ich eine Idee Ja, weil ich kann fahren Ah, ich geh ans Geschütz hinten Oh mein Gott Oh mein Gott, Digga Warte mal, warte mal Ich muss noch mal neu hier Ich muss noch mal neu hier Warte mal Jetzt, okay, so Wow Alter Okay Ey, nicht so schnell Wie fährst du? Alter Bro, du bist ja völlig lebensmüde Ich bin noch drin Ich bin drin Wo hast du denn den Führerschein gemacht? Äh, nicht hier Wow Mario Schieß Schieß Ach Mann, ich treff damit nicht Schieß Schieß Ja Oh Bro Das ist total gerade passiert, sag mal Okay Das war gerade nicht die beste Wir müssen mehr Schaden machen Wir müssen, glaube ich, mit größerem Fahrzeug ankommen Ich habe nämlich eine Idee Pass auf Immer, dass du die folgst Willst du den LKW nehmen? Ich habe einen petten LKW Naja, ich hätte schon noch was für den LKW Nimm du den LKW Ich nehme diesen großen Bagger, den ich hier sehe Mal gucken Okay, pass auf Ich habe beim LKW ein paar Kleinigkeiten Muss ich noch hier reinmachen Okay, okay So Oh mein Gott Guck dir mal meinen Bagger an, Alter Wie krass der aussieht Alter, ich sehe gerade, was du für den Bobben da ranmachst Okay, warte mal Das mache ich mal ganz kurz auch nochmal Ja, mach mal Mach ruhig Mach mir auch nochmal richtig volle Kanone rein So Okay, ich habe Alter Mein Ding sieht so krass aus gerade Okay, ich sehe es Okay, bist du ready? Ich bin nicht so ready Schaufel komplett nach oben Für die Aerodynamik Ganz, ganz wichtig Und jetzt, komm, warte drüben Und los Und Oh mein Gott Wow Oh Mann, ich bin voll langsam Boom, nein Ich bin voll schlecht geflogen Nein Ich bin auch voll schlecht geflogen Oh, oh Ich fall von der Bab Ich bin runtergefahren Ich brauche was Neues Warte, ich kann ein bisschen Die Schäden noch da reinpusten, glaube ich Wieso Ein bisschen Schaden kann ich noch machen Während du da die Schäden reinpustest Jetzt hole ich mir mal ganz einfach das nächste große Fahrzeug Toll ey Das war viel zu langsam einfach das Ding Was? Geht nicht Schuldersamal Guck mal hier Ich habe jetzt Lust gerade Da fange ich mit Rainbow Friends Ja, okay, okay, okay Du, Rainbow Friends, bist du bereit? Okay, let's go Oh mein Gott Oh mein Gott Wieso, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott, ich habe fast einen Möp gefallen Alles gut Rüber oder was? Au Oh mein Gott Oh mein Gott, ich fall von der MF Nein Zeig mal Zeig mal Wo bist du? Ich seh dich gar nicht Hä, wo bist du denn? Machst du gerade krassen Daumen willst du? Ah, machst du da krassen Schaden? Ja, ich habe da nochmal unnötig Schaden gemacht Richtig Schaden ist das Funkgift, der Mario Ok, sehr, sehr wichtig Kloppa, was ich jetzt hier als nächstes habe für ein Fahrzeug Oh mein Gott, Alter Das ist ein fetter Panzer Oh yes, und du kannst dir da so ein Raketen der Faute nehmen Genau das Ja, nicht den Panzer Ok, jetzt ist die Frage Soll ich auf, ich schieße auf den einen Arm, ok? Oh mein Gott Bist du ready? Ich hoffe es laggt Ich hoffe es schlöse ich ab dann Ok, los geht's Ok, ok, ok Hä? Mach dir gar keinen Schaden Ich schieße Ich schieße Bam Oh mein Gott Oh Oh nein Oh nein Oh nein, was passiert? Gib der oben Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Es laggt Und leckt das so? Es laggt Ich glaub mal lieber aus Ich glaub mal der eine Arm abfällt gleich Ich glaub mal der eine Arm abfällt gleich Und der hängt da noch ein bisschen drin fest Oh mein Gott, bitte Du machst dann richtig Boom Nochmal hier mit der Rakete Boom Auf den Handschuh Ey, es laggt aber voll Ey, das laggt aber voll Ey, das laggt übertrieben gerade Warte, der Arm muss runterfallen Der Arm muss runterfallen Ich glaub der ist der Welcher Arm? Ja, der rechte Arm von ihm Oder der linke Von uns aus rechts Den musst du angreifen Okay, ich probier's Mhm Neeehm 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 Sehr gut, sehr gut Ich freu euch mal ein bisschen drauf Keine Chance Er fällt ja runter Er fällt ja runter Oh mein Gott, wie schlecht bist du? Wie schlecht bist du denn? Ja, das lag total Bro, du bist ja eh nicht schlecht Das lag doch Okay Da gibt's nur eine Möglichkeit Wir müssen Waffen benutzen Und Mario so zerstören Anders geht's nicht Okay, pass auf Pass auf Mario Okay, was hast du Was hast du im Pet? Erzähl mal ein bisschen Zeig mal ein bisschen Oh mein Gott Der dicke AK Okay, okay Machst du dann Oh ja Sehr gut Okay, komm nochmal weiter Weiter, weiter, weiter Hier hat ein Loch in sein Bauch rein jetzt hier Bam Mit dem Gewehr hier Oh mein Gott Nochmal bam Okay Ich guck das nicht Kann man seinen Hammer zerstören Nee, den kann man nicht zerstören Ich feuere mal schön ein paar Raketen ab hier auf Mario So Bringt das überhaupt was? Oha Habe ich auch so eine AK? Die will ich auch haben Die sieht krass aus Warte mal Hier Hast du was? Oh mein Gott Das war jetzt Slacks kam richtig doll bei dir auch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh ich glaub der stürzt gleich ein Oh Was machst du da jetzt? Yo Du zerstörst ihn ja komplett Was ist das? Alter Ich hab grad was Was ganz krasses gemacht Was ganz krasses Oh mein Gott Pass auf jetzt Das überlebt er nicht Das überlebt er nicht Wow Alter was machst du da mit dem? Alter Siehst du das? Ich seh das Geht voll kaputt der Mund da gerade Mario Mario Bamm 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 So Uuuu Mario das war's mit dir Oh mein Gott da oben auch die Dings Die Kaffe Ich kann ihn doch einfrieren glaub ich Guck mal ich friere halt in seine Nase ein Alter Okay 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 Warte mal Die Kappen hast grad kaputt gemacht ne? Ja So machen wir mal den hier Guck mal auf die Mütze oben Guck mal auf die Mütze oben Wenn das jetzt funktioniert Alter Siehst du das? Was war das? Geh nochmal ne Uzi Okay Wenn ich richtig liege Müsst du die Mütze jetzt oben richtig abgeben Pass auf Die müsstest du jetzt genau in der Hälfte halbiert stehen Kommt das Ding an? Kommt das Ding an? Ja jetzt Siehst du's? Oh mein Gott Okay Die Mütze wird genau in der Mitte durchgeschnitten Siehst du das? Und Nee nee Zack Wir versuchen heute mit einer verschiedenen Fahrzeugen MrBeast zu zerstören Wird es uns gelingen? Guck dafür das Video bis zum Ende Jo Was geht ab? Guck dir mal Ah Sofort runter von hier Ich hab's wieder extra festgenommen Bin ich? Stehbleiben Stehbleiben Okay 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 Sag mal Sie wollten gerade mit diesem Motorrad in diesen riesigen MrBeast rein crashen oder was? MrBeast Alter Ich wollte gucken wie viel er aushalten kann Weißt du? Oh Oh Alter Wie der abgeht Oh nein Du hast hinten das Licht kaputt gemacht Du hast hinten das Licht kaputt gemacht Okay glaubst du mit Anlauf wollen wir mal richtig rein crashen mit richtig Speed Anlauf ja Hatte wir haben sie noch Panzer und so gleich Ich weiß alter Da kommt so kratzer Okay komm los geht MrBeast du wirst nicht überleben Kollege Schwung Ja Auf die Tröte Guck dir das an Oh Du hast die Tröte einmal getroffen Was er das hat für den Ding Jetzt kann er keine Durchsagen mehr machen glaube ich Das war sein Megafon wenn er so sagt So heute werden wir heute 1 Euro geben Krass Alter guck mal Wow Lass auf die Hände gehen Lass auf die Hände gehen Das stimmt auf die Hände ist gut Ich bin überlegen ob wir hier ein Fazit mal so kleines bisschen tuneen sollen Oh Okay Aber hängt dran dass das auch anfangen hat zu brennen ne Ich wollte es nur sagen Dann könnte das hier alles abschmieren Wieso bist du überhaupt blau Bist du wie einfach blau Ich bin nicht blau Natürlich du bist komplett blau Na gut Na gut Ich seh mich ja selber nicht Okay dann los Oh Gott Oh Gott Ich hab gar nicht so viel Speed genommen Ich hab gar nicht so viel Speed genommen Mit zum Glycerin Ohhhh Nein War stark Au Au Aber war stark oder nicht Hat viel Schaden gemacht Alter guck mal wie er da steht Obwohl wir ohne Ohne Explosion Ist das Ding Ja Mit Explosion Alter Ist doch voll explodiert das Ding Bei mir ist nicht explodiert gerade Achso ok 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 Aber voll das Loch rein Bei mir ist es drin hängen geblieben Ich seh grad guck mal was hat denn der da am Pullover Siehst du das Wo 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 Der hat da irgendwie ne Kreditkarte oder sowas hängen Siehst du das Das braune da Wo denn Hier von vorne Von vorne Das ist ne Kreditkarte oder was Oh mein Gott lass mal runter holen Vielleicht ist da noch Geld drauf Ne das ist ein Gürtel Guck dir mal hin das ist ein Gürtel Bro Ja ich dachte der ist doch normal Ist das ein Gürtel Ich wusste nicht Ich hab dich erkannt Ok komm wir wollen jetzt noch ein nächstes Ding Hier vorne hier vorne Hier vorne Denn wir den heute nicht besiegen na Dann müssen wir für ihn arbeiten Du musst dich hinten auf den Lade feststellen Hähnlich? Glaubst du das geht? Warte mal ich könnte dich da fest holen oder? Glaub ich das? Weiß nicht Nein ich glaub nicht Ok steh drauf Halt dich fest Oh nein das wirkt nichts Ich probier's Doch klar Gib Gummi Oh Gott Gib Gas Wie fährt denn das Ding? Was machst du denn? Was machst du denn? Alter ich hab dich überlebt Ich hab dich überlebt Das hat mich wehgetan Ey du bist voll braun Ja du bist voll blau Was ist hier los? Wir haben das verzaubert Wir haben das verzaubert Ja ich glaub auch Ok was als nächstes Boah hier mal so ein LKW Wir brauchen Wo ein LKW Hier vorne einfach den schwarzen Schnellen hier Guck mal hier Aber meistens noch fehlt Ja meine Rakete Nitro Ja und Und auch ne Rakete Pass auf pass auf pass auf Den du schon mal reingreist Ich kann ne Rakete ran machen Dann fährt das Ding nochmal doppelt so schnell Warte Alter als ob Du musst aber das erstmal hier präparieren Bisschen Oh ne das ist noch nicht Warte Sondern so geht das Ding Oh zack Oh ja Oh Gott Ich weiß nicht ob die Wir müssen auf dem Boden oder nicht Ja ist gut ist gut Da fliegen wir aber nicht so doll hoch Hier nochmal So Oh mein Gott Und jetzt muss ich im richtigen Moment starten So fahr erstmal da vorne hin Mit Fullspeed schonmal Ok bist du ready? Ja Ja dass er nur noch einen Arm hat Ok komm lass einfach probieren Lass es probieren Ähm ich hab hier vorne was vorbereitet Siehst du das? Wo denn? Ja ja guck mal hier Oh Hier hinter dir hinter dir Fahr ich schon los gerade Jo was ist denn das? Das muss ich dir nämlich einmal ganz kurz zeigen Was denn das? Das muss ich dir einmal ganz kurz zeigen Pass auf Alter Kannst du mir mal kurz was hinspawnen Irgendwie einen T-Rex oder so? Hast du sowas? Äh Ja warte ne Sekunde Ich spawne immer ganz kurz Das geht bloß nicht Komm Digga Das Auto kann nämlich noch irgendwas So Bist du den? Ja den seh ich Komm hin komm hin Warte Oh mein Gott Was kann ein Auto? Der ist nicht hoch genug Der ist nicht hoch genug Der ist nicht hoch genug Ich brauch was größeres Ich brauch was größeres Der ist zu klein Ok Ok dann mach ich was größeres So er steht oben drauf Ok 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 Pass auf Guck auf ihn Warte ich muss ein bisschen zielen So Und Feuer Buuuuh Hä geht der überhaupt kaputt? Nein Siehst du was ich hier mach Ich hab einen Laserstrahl der da durchschieß Nein ich seh nicht Hä das siehst du nicht? Ganz kleinen Ganz kleinen Babystrahl seh ich Ja ja den ist das auch Wenn wir einsteigen Der ist das auch Oh mein Gott der ist abgefallen der Laser Hä was ist mit den Leuten los? Du bist durchgefahren bei mir Ok egal komm komm steig ein hier Der Laserstrahl jetzt in den Himmel Alter du beziehst Was willst du damit machen? Reit crashen Ich seh den Laserstrahl hat bei mir gar nicht Egal Der Laserstrahl ist schrotz Der ist schrotz Ist abgefallen Ohhhhh Ohhhhh Yo Nooo Alter Alter Was Da wie viele sind da Oh mein Gott ich fall durch die Map Die ganze Leber ist weg bei dem Gefühl Oh der Arme alter ich seh es ich seh es Das sieht richtig krass aus Wir brauchen etwas heftigeres Ich glaube Guck mal hier Da ist sogar schon der Kofferraum aufgegangen Das bedeutet Oh Einfach nur so ein bisschen Nitroglycerin rein tun Ja ok Ah Was ist das? Das kann was werden Pack rein damit Ja Jetzt habe ich schon wieder diesen komischen Weiß ich auch nicht Diesen Zauberstab neben mir Oh Gott Und jetzt Oh Gott Ok los Und jetzt wirds krass Oh Gott Ey Was machst du? Bro Bro Das hat ja gar nichts gebracht Das hat vor lange dauern Das da rein zu tun Toll Dann nehmen wir einen daneben Nehmen wir hier den hier Oder diesen Picker Pack einfach hinten drauf Ja ok Machen wir hier ein bisschen Ok jetzt kommt hier eine richtige Ladung hinten drauf Ja Ja Das wird richtig krass werden Pass auf Kollege Alter wie viel willst du da noch aufmachen? Ein bisschen Oh Gott Ok du willst es aber auch wissen Ok los Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Vorsichtig Ok Ok Welcher? Rechts links oder so? Ich weiß nicht Den Aare linken Arm Linken Arm Let's go Ooooooo Was? Was? Au! Bei mir ist es nicht explodiert Bei mir auch nicht Du hast nur gestritten Ich glaube ich habe echt nur gestritten oder? Ja Ich habe echt nur gestritten leider Ey guck mal schade Alter Hat der noch mal Glück gehabt denn ist der Biest ne? Vielleicht dieser hier Guck mal siehst du das? Mit dem roten Kran nach oben Welcher rote Kran? Da hänge ich jetzt dein Motorrad ran Da hänge ich jetzt dein Motorrad ran Nein lass mal Motorrad in Ruhe Doch das hänge ich da jetzt ran Oh mein Gott Denkst du mal nicht ran Ok warte Da ist Nitrolycerin dran Ja Ich hab's Oh mein Gott Vorsichtig Oh Ok steig ein Ok Wie fährt man denn dem Arm aus? Ganz vorsichtig Denk dran Und jetzt Oh 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 Nein Was ist das denn? Bro Das macht aber explodiert aus dem Nichts Oh Das Motorrad traf ich mal Schrock jetzt Na toll Ey was Ist einmal weggeflogen bei mir Alter Ja man Ok komm wir brauchen was krasseres Ich will den jetzt zerstören ey Der nervt mich Pass auf Mit so nem Cement Dinges Ok Hat der kein Ich schnipp den hinter dir Ich schnipp den hinter dir Der ist voll langsam Ready? Ich schieb dich Ich schieb dich Boooooooom Oh mein Gott Boah ich bin voll in seinem Fuß gelandet Boah ich bin voll rein Volle Kanunde rein gecrashed Auf den kleinen C bin ich gelandet Alter ich seh es nicht schlecht Nicht schlecht Alter Alter und du hast es du Wo hast du ihn getroffen? Sein Wein Sein Wein Oberschenkel da Oh ja Oberschenkel ist der ist Alter Schwede Wir müssen glaube ich wieder ein Fahrzeug tunen Jetzt wird es glaube ich Oh mein Gott Wollen wir das hier nehmen Den Panzer Den Panzer Was hast du denn auch? Willst du das nehmen das Teil? Willst du den anderen der auch noch mal schießen kann? Hihihihi Ich schieße den kaputt sein Den nimmst du nicht Ja Raussteigen Nein Du bist so unkorrekt Wie du da noch sitzt Wie du da noch sitzt Wie du da noch sitzt Hau rein Hey Wo bist du? Hey du bist du Ey der Laser Was machst du denn? Wo bist du? Bin dir drin Ja ich bin jetzt Ok komm steig mal ein hier Steig ein hier Hau ab mit den Dingern Digga Warum geht der Panzer auch kaputt? Hast du schon was ran gemacht? Ne Hör auf ich habe mit was der toll fährt das teil und korrekt wir sind doch gegen mr b es geht das nicht mehr ist die besten autos kaputt gemacht ich will auch so mein gott ich ich kann nicht einsteigen okay der truck brennt hier ich kann nicht kontrollieren der lenkt nicht ich war an weg aber es ist aber von langsam mal guck mal hier das hängt glaube ich nur in so einem kleinen streifen ok steht noch welches nimmt das bringt da hinten richtig toll was ist da passiert ich sehe einst das geschützt ist natürlich mal geschützt siehst du das ich komme ich komme ich schieße jetzt okay bin ich doch habe mich nicht in der luft ich kann nicht lenken ich schieße ja ich habe mir noch daneben ja ich habe sein knie getroffen okay sehr stark probierst du einfach daneben das ist jetzt gemacht egal okay kommen hier fahr damit rein hier fahr damit richtig rein gib ihm mit vollgas flug oh mein gott hat er sich bewegt oh mein gott alter das fährt er noch das wäre echt das teil ich bin sogar noch hinten mit drin ok schießt ihn ab während wir fliegen oh das wäre krass nicht so viel bro so und jetzt du willst doch schon wieder wissen let's go gib Stulle oh schieß ihn ab oh 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 wo bist du alter was fällt dir alles runter oh mein gott oh mein gott oh mein gott hier fällt dir alles auseinander das ist mit der wand runtergefallen oder nicht weiß ich auch nicht sah so aus ok komm wir haben ihn fast halbiert wir haben ihn fast halbiert noch mal ein bisschen ok ok wir haben ihn fast geholt MrBeast ist fast drauf gegangen save hier vorne äh warte mal irgendwas groß richtig groß hier ich nehme diesen Truck oh mein gott Alter du hast drauf geschossen gerade ich nehme mich auch ein Truck ok ready let's go Abflug MrBeast Abflug aufs linke Wein Alter was nochmal wir müssen nur nochmal das andere Bein bisschen mehr treffen ich weiß Alter was machst du da ich hab da Eis dran gemacht du bist einfach vereist hin der war eingefroren der ganze Truck ist hin abgebrannt aber gut für mich weil jetzt habe ich ganz viel Fläche für Nitroglycerin oh verdammt das war kein Nitroglycerin soll ich dir mal ein bisschen einfrieren hier hör mal auf hoffentlich meinen Truck einfrieren ok 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 warte mal ich nehme diesen oh mein gott was ist das für ein Gigakran wow alter der ist so krass groß ok hier ich kann sogar die Beine ausfahren die Supportbeine oh verdammt oh Gott hier warte hier das Ding ich nehme den Bus so ok bist du ready ich crash volle Kanonen jetzt rein der hat jetzt wirklich ich komme den Bus jetzt ready los oh Abfluch oh 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 mein Gott Digga guck ihn dir an oh mein Gott was passiert alter er crasht alter er crasht er crasht Digga oh mein Gott wie er crasht ja er fällt zusammen bei mir nicht Bro bei mir ich habe eine PS MrBeast besiegt er ist schrott was wir müssen ihn bei dir auch noch zerstören er sieht auf jeden Fall echt kaputt aus ich mache mal das boah Bro bei mir ist er komplett kaputt ich habe nur noch ein Bein jetzt auch bei mir ja sehr gut und ich zerstöre hier nochmal ein bisschen mit Laserstrahlen MrBeast das war's mit dir MrBeast das hatte ich auch mit 1 FPS gleich da weg gleich da im Boden verschwunden er ist verschwunden ja man ja man jawoll wir haben MrBeast einfach besiegt juhu 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 Leute wie es geschafft wir haben MrBeast zerstört lasst mal ein Like und auch ein Abo da wenn ihr mehr hier noch mit Brox zu sehen wollt Jubiläumweitschef oder erst mal dieses Mal wieder raus wir sehen uns im nächsten Video bis dahin auf der Würde gesagt und ciao ciao